Hey, hey, hier ist der Wampendribbler, der hört Megafon 95! Was hören wir? Megafon 95! Achso! Der Fortuna-Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl oder auf YouTube. Ich bin der Wampendribbler. Wir haben Folge 65, den ersten Teil unseres Saisonrubblicks. In dem hier sitzt der Schemenski 8, der Micha. Hallo! Und der Micha hat genauso wie ihr eine geile Saison gehabt. Mit 44 Punkten auf Platz 10 endet das ganze Ding. Und wir haben uns hier versammelt, um das Ganze natürlich so ein bisschen zu besprechen. Klar, Platz 14 in der Hinrunde und dann auch noch Platz 9 in der Rückrunde mit 26 Punkten dann. Und 30 Tore und 32 Gegentore. Man war ein bisschen besser, würde ich sagen, bei den Toren her von dem Punkt aus Beute. Aber das Ganze hat dann gereicht, um die beste Fortuna-Platzierung seit der Saison 89-90 zu erreichen. In der Hinrunde waren es noch 33 Gegentore, aber nur 19 Tore gemacht. Ja, jetzt in der Rückrunde hat man 30 Tore geschossen und 32 kassiert. Also kassiert hat man immer noch praktisch genauso viele, aber man hat halt 11 Tore mehr geschossen. Und das reicht dann halt für Platz 9 in der Rückrundentabelle und Platz 14 in der Hinrundentabelle, weil man halt zu viel kassiert, beziehungsweise man hat nicht zu viele Tore kassiert, sondern man hat zu wenig Tore geschossen. Und in der Rückrunde war dann der Fokus auf, ja wir spielen lieber 3-2 als 1-0 zu verlieren. Zumindest war das mein Gefühl und das ist auf jeden Fall nach meinem Gusto. Beuteilung war taktisch sehr variabel. Man war sehr stark im Umschaltspiel. Dein Pressing war sehr gut. Und du hast praktisch versucht, deine Umschaltsituation zu erzeugen, auch wenn der Gegner gar nicht im Umschaltspiel war. Also wenn du gar nicht, wenn der Gegner gar nicht angegriffen hast. Sondern du hast die Verteidiger attackiert, unter Druck gesetzt, Ballverluste erzeugt und konntest dann praktisch im Umschaltspiel einsetzen, indem du mit schnellen, cleveren, aber einfachen Pässen nach vorne spielst und dann halt Tore schießt, vor allem durch Jusuke Bakio. Bei der überragende Ditorama in den letzten 5-6 Spielen war auch halt die Nummer für sich. Dazu können wir dann im zweiten Teil, wenn die Spieler mal einzeln durchsprechen, Micha, vom Gefühl her waren wir in der Hinrunde genauso wie in der Rückrunde. Es war so, man hielt sich in meinem persönlichen Gefühl die Waage. Als wir dann in der Vorbereitung zu der Folge die Tabelle durchgegangen sind, hatten wir tatsächlich den angenehrenden Punkt mehr. Wir haben tatsächlich die Mannschaften, wo du sagst, okay, die musst du schlagen, auch besiegt. Wir haben Stuttgart besiegt, Schalke, Nürnberg. Das ist ein Spiel, wo wir in der Hinrunde so ein bisschen den Struggle hatten. In der Hinrunde kann ich mich daran erinnern, wir haben darüber diskutiert, wie wir Punkte verschenkt haben in Schalke. Wir haben Punkte verschenkt zum Beispiel. Gegen Nürnberg, da haben wir 3-0 verloren. Genau, wir haben Punkte verschenkt in Nürnberg, wir haben 3-0 verloren. Wir haben zum Beispiel gegen Stuttgart einen Unentschieden gespielt, was sich für die Inlage anhört. So auf meinem inneren Gefühl haben wir da einfach verloren. Ja, das ist ein Spiel, das muss eigentlich 5-0 gewinnen, aber das Ziel da war halt gut. Ja, das Ziel da war überragend. Und im Pokal gegen Schalke war es halt auch so ein bisschen, ja, wenn Rudi Assauer nicht gestorben wäre, hätten die nicht 4-1 gewonnen. Aber mal ganz grob, wir können eigentlich sagen, wir sind zufrieden. Ich bin vollkommen zufrieden über die Saison. Ich würde unterschreiben, wenn wir nächste Saison auch am Ende 44 Punkte haben. Das ist auch, das würde ich glaube ich sogar für die übernächste Saison unterschreiben. Auf jeden Fall viel mehr, als ich erwartet habe. Ich dachte so, ja okay, wenn wir Platz 16, also wenn wir die Relegation schaffen, bin ich zufrieden mit der Saison. Aber dass wir dann irgendwie doch noch so, also dass wir dann doch noch so aufdrehen und nicht irgendwie Darmstadt-mäßig uns irgendwie die Punkte irgendwie mit so einem Drecksfußball holen, sondern dass wir, wir haben richtig guten Fußball gespielt. Und das ist das, was ich überragend finde, weil wir haben richtig schönen, richtig guten Fußball gespielt. Von mir aus hätte ich, also ich hätte auch mit diesem schönen Fußball, hätte ich auch absteigen können. Da hätte ich gesagt, okay, wir holen zwar keine dreckigen Punkte, aber wir spielen schönen Fußball und spielen halt 2. Liga wieder. Aber dass man für so diesen schönen Fußball, ja, dass man dafür dann auch noch belohnt wird und dann souverän die Klasse hält, finde ich natürlich überragend. Ich habe ein sehr schönes Umschaltspiel gehabt. Sehr schnell, sehr einfach, sehr clever. Direkt in die Spitze, meistens über Fink, meistens über Stöker, dann direkt in die Offensive und die haben ein Tor geschossen. Und zwar in der Rückrunde, sehr spezifisch. Frieden im Wunker hat es geschafft, zur Halbzeit und zum Spielbeginn die Mannschaft immer top einzustellen. Klar, jetzt gab es Spiele gegen Bayern, wo man irgendwie keine Chance hatte, weil die haben die Meisterschaft in der Nase gehabt. Du hast, dann haben wir gegen Bremen gewonnen und dem praktisch schon ein bisschen den Europapokal vermiest. Und die mussten bis zum letzten Spieltag kämpfen, um zu gucken, was kann da eigentlich gehen. Du hast am vorletzten Spieltag Dortmund praktisch in die Verzweiflung getrieben. Habt ihr ja noch in der letzten Folge darüber gehört, deswegen müssen wir da ja nicht jetzt ausschweifend drüber werden. Aber er hat einfach sehr gut mit Fußball gespielt und hat es auch beibehalten. Die Mannschaft hat sehr viel Ehrgeiz gezeigt, Gas gegeben, auch Verletzungen konnten kompensiert werden. Kurz so ein bisschen in die nächste Folge vorzugreifen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Sudner zum Beispiel sich an Usami vorbeispielt. Das ist so ein Punkt, was mir komplett durch den Kopf gegangen ist. Wo ich dachte, what the fuck, wir leisten einen Spieler aus der dritten Reihe von Brighton aus England, deren Backup sind so für den Linksverteidiger und der spielt dann plötzlich auf links außen, weil den Spieler, den du ausgeliehen hast, Augsburg, halt einfach gar nicht zündet. Das ist so ein Ding, wo ich immer noch nicht drauf klarkomme. Man verdunut sich gesteigert. Man konnte dann wirklich die Mannschaften besiegen, die man besiegen muss. Und andere Spiele hat man dann dementsprechend auch verloren, wie zum Beispiel dann gegen Wolfsburg. Ja, Wolfsburg war diese Saison irgendwie nicht unser Ding. So Hinrunde 3-0 verloren, Rückrunde 5-2 verloren, was eigentlich auch ein Spiel war, wo man auch gerne 2-2 hätte spielen können. Aber ich würde behaupten, mein Highlight der Rückrunde war eigentlich das 4-0 gegen Schalke, wo wir Schalke komplett auseinandergenommen haben, spielerisch, wo die Schalker, glaube ich, zwei, drei Wochen vorher noch 4-1 im Pokal gewonnen haben und dann so auf den Sack bekommen haben. Ja, aber Schalke ist ja auch diese Saison eine eigene Geschichte. Die haben sich last minute irgendwie gerettet. Wenn du mit ein paar Schalkern sprichst, die haben immer noch die rosa-rote Brille auf und sagen, ja, nächstes Jahr wird er wieder Vizemeister und neuer Trainer mit David Wagner. Mich würde es nicht wundern, wenn Schalke in der Saison wieder international, also wenn Schalke unter die Top 5 oder Top 7 kommt. Ich sehe halt eher das Problem nicht im Trainer. Ich glaube, der Tedesco war nicht das Problem. Aber wir als Fortuna, die haben immer guten Fußball gespielt. Natürlich gab es so ein oder zwei Lowlights dabei, wo du so sagst, was machen die heute? Ja, aber das war dann meistens so, dass der Gegner einfach zu gut war. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt an das Spiel gegen Bayern denke, also jetzt nicht an die Hinrunde, sondern an die Rückrunde, wo du auch wirklich gemerkt hast, okay, das sind halt die Bayern und die spielen das souverän runter. Und das war so ein Spiel, es war halt komplett langweilig, weil Bayern das so souverän runtergespielt hat, dass du dann irgendwann mit dem, der neben dir im Stadion stand, hast du dann auf einmal angefangen, über irgendwie Politik zu labern, weil dich das Spiel null interessiert hat. Weil es dann irgendwie, weil Bayern einfach nur hinten rumgespielt hat und das souverän über die Zeit gebracht hat. Und dann war es dann auch so, ja, und wie geht es bei dir so? Was mit Frau und Kindern? Und es ist halt natürlich auch eine Qualität von Bayern, aber dann, ja, habe ich doch andere Mannschaften oder andere Spielweisen lieber. Wollen wir uns nochmal auf so ein bisschen auf die Highlights der Saison fokussieren? Wir haben gegen Dortmund, haben wir knapp gewonnen, gegen die Bayern haben wir 3-3 gespielt. Und das hat im Nachhinein so ein bisschen die Meisterschaft entschieden. Ja, ich sag mal so, die Punkte, die Dortmund gefehlt haben, waren ja im Prinzip die aus der Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Hätte Dortmund damals das Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen, wären die jetzt Meister geworden. Aber da hatte John Zimmer was dagegen und hat den Ball halt in Winkel gezimmert. Okay, Dortmunder oder die Schalker Fans werden sagen, ja, okay, wenn Dortmund nicht gegen Schalke gewinnen kann, sind sie selbst schuld. Aber ich finde es halt ärgerlich eigentlich, dass Bayern mal wieder Meister geworden ist, weil Dortmund da relativ nah rankam. Ich weiß nicht, ob das jetzt die nächsten Jahre besser oder schlechter wird. Ja, im Prinzip hat sich Dortmund die Meisterschaft selbst vermasselt so, weil die nicht souverän genug waren. Am Ende der Saison stehen wir halt auf Platz 10. Fortuna Düsseldorf hat halt dann noch am letzten Spieltag die Hertha aus Berlin überholt. Die haben hier mit Pal Dada jetzt ihren Trainer entlassen. Fred & Funke hat bei uns noch einen Vertrag. Aber Micha, du würdest der Saison wahrscheinlich 5 von 5 Sternen geben. Ähm, ja, ich würde der Saison 6 von 5 Sternen geben. Also, das ist, wie gesagt, ich würde, komplett die gleiche Saison würde ich für die nächsten 2 Jahre auch unterschreiben. Also, wenn wir die nächsten 2 Jahre auch mit 44 Punkten irgendwie 10er werden, vollkommen okay. So, ich bin keiner, der dann sagt, wir müssen die Europa League schaffen. Ich bin froh, wenn wir die nächsten Jahre uns etablieren können in der Bundesliga. Also, kein Bock auf Mailand, Kopenhagen und Rom. Natürlich habe ich Bock drauf, aber ich sage mal so, ich habe, ich spiele dann lieber, bin dann lieber 3 Jahre die graue Maus, als nächste Saison dann Europa League zu spielen und die übernächste Saison dann abzusteigen. So, da haben ja auch schon einige Mannschaften die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann irgendwie sich aus Versehen für die Europa League qualifiziert, dass man dann darauf die Saison dann absteigt, wenn man dann irgendwie damit nicht klarkommt. Haben ja Freiburg und Köln bewiesen. Ja. Aber auch zum Beispiel Hertha Berlin, mal als Beispiel zu ihm, die haben auch Europa gespielt und die sind dann praktisch auch in Europa oder in der Liga dann mit praktisch einer Jugendmannschaft aufgelaufen, weil die Kadertiefe einfach nicht krass genug war, um diese Dreifachbelastung zu nehmen. Jetzt mal ein Thema aus dem Allgemeinen Fußball aufzugreifen. Ist für dich diese Dreifachbelastung wirklich so krass? Oder ist es halt nur dieses, wenn du Spieler hast, die das gewohnt sind, wie Bayern, Dortmund, Real Madrid, dann geläuft das. Hast du aber Spieler, die das nicht können, sind die erschöpft, müde und das funktioniert davon nicht. Ja, ich glaube noch nicht mal, dass das dann Erschöpfung ist, weil wenn du, ob du dann jetzt, ob du dann jetzt, sage ich mal, zweimal trainierst, also ob du dann zweimal irgendwie zwei Stunden am Tag trainierst oder ein Spiel hast am Tag, das geht ja noch. Aber ich glaube, was halt krass ist, ist, dass du, man kann sich nicht mehr so krass auf den Gegner vorbereiten, weil wenn du, sage ich mal, du hast Samstag dein Spiel, Sonntag hast den Tag Regeneration und dann hast du, sage ich mal, Montag bis Freitag fünf Tage, wo du dich auf den nächsten Gegner konzentrierst. Dann kannst du noch mal was an der Taktik machen, dann kannst du noch mal hier und da was üben, aber wenn du das halt nicht hast, wenn du dann, sage ich mal, Europa League, wenn du dann am Donnerstag spielst, das heißt, dann hast du Montag und Dienstag Training, kannst dich dann auf die Europa League fokussieren, spielst du dann Europa League, kannst dich dann noch mal einen Tag auf den nächsten Gegner konzentrieren. Also ich glaube nicht mal, dass das von der Belastung her krass ist, sondern einfach nur mit dem Fokus auf den nächsten Gegner und dass man, man kann, glaube ich auch, jetzt nicht, wenn man dann international spielt oder wenn man dann alle drei Tage spielt, sage ich mal, kannst du dich auch nicht taktisch entwickeln. Das muss alles dann vor der Saison feststehen und man muss das dann in der Saison dann noch variieren, wie man es vor der Saison gelernt hat. Aber man kann, sage ich mal, dann wenn man Europa League spielt oder international spielt, kann man dann nicht in der Woche mal einen Tag dafür verschwenden, sage ich mal, um dann eine Dreierkette einzustudieren. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man den Fokus nicht mehr auf den Gegner hat, sondern man trainiert normal, aber man kann sich nicht mehr so krass auf den nächsten Gegner vorbereiten, sondern macht das dann irgendwie so, ja, nebenbei und nicht mehr, dass der Hauptfokus, wie halt in der, wenn du alle fünf Tage oder alle sieben Tage nur spielst, dann kannst du dich ja fünf Tage vorbereiten auf den nächsten Gegner und nicht nur ein oder zwei Tage, wie wenn du international spielst. Und das ist, glaube ich, die Krux und nicht wirklich die körperliche Belastung. Ich bin mal gespannt, was dann uns erwarten wird, was unser Herr Sportvorstand dann für die nächste Saison an Carla präsentieren wird, zusammen mit Uwe Klein, unserem Headscout, was die beiden da so dann fabrizieren werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Micha, worauf ich auch gespannt bin, sind es ein paar Regeländerungen für die nächste Saison, die wir jetzt noch abhaken, bevor wir den ersten Teil hier schließen. Es gibt Karten für die Bank, sowas gibt es im Jugendbereich, im Auteurbereich schon etwas länger. Wie findest du, dass es diesmal auch für die Bundesliga, dass es ab dieser Saison diese auch für die Bundesliga gibt und nicht nur halten, eintragen den Spielberichtsbogen. Ja, das ist dann halt so eine Kleinigkeit, die dann, glaube ich, eher für die Außenwirkung ist. Also das ist ja, wenn dann irgendwie der Schiri zum Trainer geht und ihm sagt so von wegen, ja, pass auf, sonst kommst du gleich auf die Tribüne, bla. Das ist dann auch, sage ich mal, eine Signalwirkung ist, wenn der Schiri dann nur mal kurz rausgeht, was sagt, oder ob der Schiri dem dann, sage ich mal, eine gelbe Karte gibt und dann weiß der Trainer oder weiß der, wissen auch alle im Stadion so, okay, wenn er sich noch mal so übertreibt, dann kriegt er dann auch die Rote und muss dann auf die Tribüne. Gleiches gilt auch, sage ich mal, wenn die Bank zu viel pöbelt und der Schiri jetzt nicht zuordnen kann, wer genau das war, dann wird der Trainer bestraft. Also das ist dann praktisch, der Trainer ist dafür verantwortlich, dass sich die Leute auf der Bank gut benehmen. Im Ganzen ist es auf jeden Fall eine neue Regelung, die ich auf jeden Fall gut finde. Ja, inhaltlich ändert sich, glaube ich, nichts. Es ist dann einfach nur so nochmal so eine Signalwirkung, dass dann auch die Leute im Stadion und am Fernseher merken, okay, der muss jetzt aufpassen, dass er nicht gleich auf die Tribüne muss und so. Der Micha wirft jetzt die Flasche seines Getränks auf den Platz und kriegt dafür dann die gelbe Karte. Die kriegt er jetzt visuell gezeigt. Nicht nur mündlich, sondern auch visuell für alle sichtbar. Für alle sichtbar gezeigt und früher wurde es halt danach trägt sich im Spielberichtsbogen eingetragen. Auswechslung an der nächsten Außenlinie soll halt dafür wirken, dass das Spiel ein bisschen schneller wird. Ob das so funktioniert, bin ich mir noch nicht sicher. Ja, da soll halt das Zeitspiel eingetragen werden. Dieses langsame Traben soll das ein bisschen wirken, aber naja, wenn wir sehen, wie das umgesetzt wird, dann gibt es halt Elfmeter, das ist der gefaulte Spieler, der behandelt wird, aber trotzdem den Elfmeter schießen darf. Ja, puh. Es ist so ein bisschen fein nach dem Motto, ich hacke dich um, du bist verletzt und jetzt müssen alle 10 Minuten warten, bis du behandelt worden bist, um den Elfmeter zu schießen. Ne, darum geht es ja nicht. Also zum Beispiel jetzt bei der Auswechslung muss man die nächste Auslinie nehmen. Das ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie, dass der dann zufälligerweise genau am anderen Ende des Platzes steht, dann muss der halt daraus, das wird dann wahrscheinlich dafür sorgen, dass alle im Mittelkreis stehen und ja, dass dann alle zufällig genau auf dem Mittelpunkt stehen, die ausgewechselt werden müssen, weil das ja am weitesten weg von allen Linien ist, soll halt das Spiel ein bisschen beschleunigen und das Zeitspiel bei Auswechslung minimieren. Ja, das mit dem Elfmeter ist halt, normalerweise ist es ja so, wenn, wenn, sag ich mal, ein Spieler umgetreten wird und der dann behandelt wird, dann muss er ja eigentlich das Spielfeld verlassen, das muss er halt jetzt nicht mehr, wenn er halt den Elfmeter schießen will. So, und dann ist es halt so, dass dann, sag ich mal, wenn dann der Stammschütze, Stammelfmeterschütze umgetreten wird, dass dann nicht der Zweite schießen muss, sondern dass dann der Spieler, der behandelt wurde, den Elfmeter schießen darf. Ja, natürlich wird es dann nicht gelten, wenn er da jetzt irgendwie fünf Minuten behandelt wird, sondern wenn er dann, wenn manchmal ist das so, ja, du musst jetzt kurz raus, dann steht er eine Sekunde draußen und wird dann reingewunken, einfach nur, weil es die Regel ist und das wird damit dann halt abgeschafft, weil dann der Spieler trotzdem den Elfmeter schießen darf und nicht die eine Sekunde draußen entstehen muss. Wenn er nur präzige Torschancen entstehen, wenn oder weil Schiri den Ball berührt, gibt es dann demnächst Schiedsrichterball, es gibt nur eine Handspielauslegung, wichtigster Punkt eigentlich, dass die Handspiele keine Tore entstehen darf, wie im Wolfsburg Spiel, ich glaube, da müssen wir nicht drüber eingehen. Schnelle Freistöße werden jetzt auch schnell ermöglicht sein, trotz Kerber der roter Karte, Karten für Torjubel bleiben bestehen, auch wenn das Tor abverkannt wird. Das gab es eigentlich in der Saison schon so ein bisschen. Ja, aber es war ja die Diskussion, weil wenn, wenn, sage ich mal, ein Tor fällt und der Spieler sich so freut, dass er den, dass er den Trikot auszieht und eine gelbe Karte kriegt dafür, dass er das Trikot ausgezogen wird und das Tor nicht zählt, zählt die gelbe Karte trotzdem. Ja, aber es geht ja, laut Regel nicht nur, ja, praktisch beim Jubeln, sondern ich stelle mir vor, du ziehst einfach dein Trikot aus, um das Trikot zu wechseln, machst du es auf dem Platz, weil da zum Beispiel du drauf wirst, kriegst du die gelbe Karte aus deiner Spielunterbrechung, machst du es außerhalb des Platzes und kriegst da keine Strafe dafür. und da sind halt auch Feinheiten, die dann da halt berücksichtigt werden. Die Regel wird da ein bisschen modifiziert. Es gibt auch die Karte für den Torjubel, wenn der zu groß wird, auch wenn es zu ob erkannt wird. Abstöße dürfen jetzt auch in den 16er gepasst werden. Früher musste der Keeper immer aus den 16er passen oder schießen. Jetzt kann das auch in den 16er passen. Ja, aber trotzdem darf der Gegner den Ball trotzdem erst außerhalb vom 16er annehmen. Ist dann halt, sag ich mal, auch eine taktische Veränderung für Mannschaften, die das Spiel halt langsam von hinten aufbauen, dass man den Ball, sag ich mal, im 16er passen darf und erst wenn der Spieler den Ball angenommen hat, die anderen Mannschaften den Ball dann an im 16er berühren dürfen. Aber es sind kleine Modifizierungen, die halt für kleine Situationen, kleine Feinheitenverbesserungen sorgen und für das große ganze Spiel dürfte das ja nicht festzustellen. Ja, das sind dann halt nur so Kleinigkeiten, so minimale Regeländerungen, die eigentlich, glaube ich, minimal nur auffallen. Eine Regel, die mir sehr gut gefällt, ist dürfen keine Offensivspieler mehr in der Mauer oder an der Mauer stehen. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, das gefällt mir sehr gut. So, dann hast du wie früher nur die Mauer, dann hast du das Pulg und dann schießt der Schütze aufs Tor. Die Sachen wie, ich als Gegenspieler drücke mich an die Mauer, versuche mich vor die Mauer zu stellen, in die Mauer zu schieben. Sorry, jetzt nicht ein Fummel, aber das ist jetzt einfach vorbei und das freut mich, weil mir das so ein Gefühl von, so ein Backflash gilt von, ach ja, als ich Fußball Anfang der 2000er erlebte. Ja, ich finde die Regelung auch gut, dass man keine Offensivspieler mehr in die Mauer geben darf, weil es halt auch immer nur Stress für den Schiri war, weil dann will sie sich die Mauer stellen und dann stellen sie sich, ich weiß gerade nicht, warum ich ausgerechnet jetzt an Thomas Müller denke, aber irgendwie so, dann steht halt die Mauer und dann kommt ein gegnerischer Spieler, der sich dann irgendwie zwischen die Spiele stellt, dann wird noch dreimal rumgeschubst, dann gibt es vielleicht noch eine gelbe Karte und dann dauert es zwei Minuten, bis der Freistoß ausgeführt wird und das gibt es jetzt nicht. Jetzt müssen die Offensivspieler, glaube ich, einen Abstand von einem Meter zur Mauer haben oder irgendwie sowas ist das und dürfen dann halt nicht die Mauer auseinander drängen, um dann eine Lücke zu erreichen, um dann eine Lücke in der Mauer zu reißen und so. Ist halt meiner Meinung nach eine gute Regelung, die dann halt so diese kleinen Nicklichkeiten rausnehmen und ist auf jeden Fall gut so. Auch gut, weil diese Folge, der zweite Teil, kommt jetzt nächste Woche. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein. Wir sind mega von 95, der Fortuna-Fancast und deswegen würde ich sagen, wir sind wieder auf 95. Ich bin der Wampendribbler, er ist der Michael Echewanski8 auf Twitter. Weiß die nächste Folge, bleibt dran und jetzt machen wir unser typisches Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Auch rein, Ligger. Kuss auf die Stirn. Wo geht die Runde? Bis dann. Kuss auf die Stirn. 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 Kuss auf die Stirn.